Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus 1 Unboxing. Heute zeige ich euch den neuen City Flughafen Midtower von Playmobil. Ein riesen Set, kostet so zwischen 50 und 60 Euro und ist jetzt neu rausgekommen. Ich habe ja die passenden Sets dazu schon vorgestellt, wie das Feuerwehrkart, das Flughafenlöschfahrzeug, die Familie am Check-in Automat und den Brandeinsatz. Und bei dem Set ist der Check-in-Schalter dabei, die Gepäckabgabe und die Sicherheitskontrolle. Und wie ihr seht, vier Figuren, nein, fünf im Tower ist auch noch eine Figur. Zeige ich euch mal die Rückseite. So, hier seht ihr die fünf verschiedenen Figuren. Eine Menge Einrichtungen ist dabei, Laptop, ein Stuhl, Scheinwerfer und natürlich ein Gepäckwagen mit Koffer. Und der Flughafen selber. Hier unten das Gepäckband, die Sicherheitskontrolle und der Check-in-Schalter. Und das Set ist auch sehr groß. Der Flughafen hat eine Breite von 40 cm und der Tower ist 36 cm hoch. Hier die Tüte mit der Aufbauanleitung und natürlich eine ganze Menge Aufkleber. Hier, könnt ihr euch schon denken, das ist der Tower. Sieht man auch wirklich, dass er sehr groß ist. Hier so Geländerteile und ich glaube, diese Sicherheitskontrolle. Hier haben wir zwei Figuren und Koffer. Hier nochmal Figuren, drei Stück. Hier sind Teile vom Flughafen. Hier von dem Tower, die Scheiben. Oder besser gesagt, die Scheibe. Das ist ja durchgehend. So, hier die Fensterelemente vom Flughafen. Das ist auch ein Teil vom Tower. Da kommt dann später hier die Scheibe drauf. So, nochmal ein Teil vom Flughafen. Und hier die Bodenplatte vom Flughafen. Das kann man schon gut erkennen. Hier das Förderband, Gepäckband, der Eingang und Ausgang. Und hier kommt der Check-In-Schalter hin. Hier sind weitere Kleinteile. Sieht aus nach einem Gepäckwagen und Beleuchtung. So, die letzte Tüte, die Einrichtung, ein Stuhl, ich glaube eine Antenne und einen Koffer. Jetzt packe ich alles aus, baue es auf und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt zeige ich euch den Tower. Hier das Unterteil. Habe ich ein paar Aufkleber angebracht an der Seite. Hier mit zwei Scheinwerfer, die lassen sich verstellen. Und dann gibt es hier dieses Teil, das ist so eine Art Plattform. Die wird hier aufgesteckt. Und hier In dem Teil, also das wird jetzt auf den Tower aufgesteckt, hier sitzen die Fluglotsen drin. Da gibt es mehrere Rechner, Funkgeräte, damit die Fluglotsen Kontakt mit den Piloten halten können. Mit einer ganz großen Fensterfront, damit die auch einen Überblick haben über die Landebahn, was da vor sich geht. Und dieses Teil wird jetzt hier oben aufgesteckt. So, und der Tower ist fertig. Und in dem Tower, wie gesagt, gibt es eine Fluglotsen, die sieht so aus, mit einer blauen Uniform, blonden Haaren. Die bekommt noch einen Stuhl. Und noch eine Tasse Kaffee. Hier das fast fertige Flughafengebäude. Hier die Außenansicht mit einem Haupteingang. Hier oben sind Überwachungskamera drauf. So, jetzt kommt noch die Sicherheitskontrolle hin. Sieht so aus. Wird hier aufgesteckt. Hier ist das Band, da werden die Koffer aufgelegt und dann durchleuchtet. Und hier oben ist so ein Monitor und dann wird angezeigt, was in den Koffern drinnen ist. Jetzt kommt noch der Check-In-Schalter. Der kommt hier hin. Und hier das Gepäckband. Wenn man eincheckt, wird es dann hier befördert. Und hier auf der Seite ist dann der Flugzeugschlepper. Der hat ja auch die Möglichkeit, Koffer zu transportieren. Und bringt die dann zum Flugzeug. Und hier auf der Seite, das Gepäckband, befördert die Koffer von den ankommenden Fluggästen. Hier der Sicherheitsmitarbeiter mit einer hellblauen Uniform. Mit einem Detektor, Metalldetektor. Damit werden Passagiere auf Waffen untersucht, wie Messer oder Pistolen. So, der kann gleich mal an seinen Arbeitsplatz. Dann gibt es hier noch eine Mitarbeiterin am Check-In-Schalter. Er hat so ein rotes Oberteil, blonde Haare, weiße Hose. Und dann sind noch zwei Passagiere dabei. Ein Geschäftsmann mit einem Aktenkoffer, mit einer Krawatte, Sakko, schwarzen Haaren. Und eine Frau mit rötlichen Haaren, weißer Weste, blauer Hose. Die checkt jetzt mal ein. Und dann gibt es hier noch diesen Gepäckwagen. Und dazu passend verschiedene Koffer. Und hier noch ein Laptop für die Mitarbeiterin am Check-In-Schalter. Hier seht ihr das Gepäckband nochmal aus der Nähe. Hier die Sicherheitskontrolle. Die Frau wird gerade auf irgendwelche Waffen untersucht. Und hier der Check-In-Schalter. Nochmals mit einem Gepäckband. So, das war es wieder. Ich hoffe, das Unboxing-Video mit dem Flughafen und dem Tower hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, empfiehlt mich weiter. Teilt die Videos, schreibt Kommentare unten rein. Und schaut morgen wieder rein. Da zeige ich euch das letzte Set zum Flughafen. Das Flugzeug. Wird auch ganz cool. Also bis bald. Euer Serratus1.